Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Neutralisiere die Kang-Tou-Einsatzkräfte. Schaltet den Geschützturm aus. Wir sind jetzt hier bei dieser Absturzstelle. Mitch und Scorpion sind da irgendwie reingeraten. Und wir sollen jetzt irgendwie diese Kräfte ausschalten. Das ist eine Scheissdrohne. Die ist natürlich vorerst mal ein Problem. Schockschaden 136. Anfänger gegen Strom. Könnte ich versuchen. Aber ich speichere mal kurz. Und überhitzen ist der Mahlschaden Schockschaden. Schockschaden. Noch kurz Zeit. Damit. Wieder genügend von diesen Dingen auf. An diesen Speichelpunkten auftauchen. Noch mal die Schockschaden. Nice, die halten wir schon mal aus dem Weg. Oh shit. Oh shit. We've got a big problem. Sind ziemlich stark. Kann ich eigentlich jetzt mal was zu essen nehmen? Und ich habe noch nie was zu essen gegessen. Ich wollte das mal anschauen. Aber wahrscheinlich muss man das immer vorher erst machen. Ja. Ein Mischöschschützengewehr hilft uns da gerade nicht. Deswegen würde ich hier diese Power-Schoice-Frinte nehmen. Die Waffe ist gut. Die macht 40 Schaden. Das Schwede ist auch gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Die Waffe ist gut. Die Waffe ist gut. Shit. Shit. Ich gehe da ein bisschen unvorsichtig dran ! Holy moly ! Es geht ja nicht in Schatten ! Ein bisschen unvorsichtig ! Okay, Kang Tao haben wir erledigt, Einsatzkräfte, Schallwinger, Schütztum aus. Sieht er mich? Hat er mich auf dem Radar? Ich glaub's. Einfach schnell dahin rennen. Und sowas auch Sharky. Der Weg ist klar. Ich komme für dich. Gegen Alicardo wahrscheinlich. Ja, ziemlich viele. Öffne die Tür. Ich bekomme dich. Ja, ja, nein, gleich. Ich will erst den Loot einsammeln, Mädel. Hinten gibt's auch noch was, wenn ich das richtig sehe. So, was ist das? Hat hier ne schöne Schneise hineingepressen. Kann ich nicht einsammeln? Schade. Wir haben hier wahrscheinlich das... ...größt. Jetzt. Jetzt! Steck zurück! Back! Back! Toss your weapons, or I'll shoot! I repeat. Drop your weapons. Easy now. Now! Not too late for everyone to walk out of this a lot. We called for backup! Bullshit! Last chance. You don't gotta die today. Let's talk. Why should I believe you? Pan Am. Shoot him. Shut up. Listen. I don't know where they took him. I don't know where they took him. Hell no. He's lying. Fuck you. You got two seconds to make up your damn mind. Aldecaldo's a ride up here any minute now. They're headed west, for the gas station, but I can't guarantee they're still there. Shut the fuck up. Fuck! Pan Am. Goddammit. Oh shit. Shit. All right, so we can. Just some scratches. You fucking morons. Did you get hit? Hang on girl, I'll patch you up. Nothing, let's go. We couldn't retreat Pan Am. They were grouped so fast, started shooting rockets and shit. I lost everyone. Everyone? Scorpion, is he here? Mitch? Mitch? Er ist... Er ist sicher, oder? Ja, ich bin. Entschuldigung. Ich habe es nicht geschafft. Nein! 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 Are you sicher? Nein! Er... Fuck. Ich... Ich regle bitte hin. Let's put a pin in here for now. Immer müssen Leute sterben, die uns wichtig sind, oder? It will all work out, Pan Am. Everything. Mhm. Scorpion. The rest. I... I'm sorry we didn't get here sooner. They were good people. Great people. They didn't have to die here. I should have stopped him. I tried. He wouldn't have listened to you either. Never was much of a listener. Stubborn bastard. I'm guessing since you were out here, you were out here for the A.V. The question is, why? Everything okay? You need anything? Thanks for saving my ass, V. Sorry about your people, but... I need to keep moving. Why dive straight for the A.V.? Didn't notice the markings? We saw it was damaged. We know this land. We knew where it would fall. We had no idea it was Kang Tao. I figured they might need help. In the worst case, there'd be good salvage to be had. Couldn't have been more wrong. I need the man who was riding this A.V. Pilots said they headed west. Yep. Took him with them. In our cars. Pilots was telling the truth. There's an old gas station out there. Must be looking for a way to call base. So you're the ones who hit him with that EMP? Yeah. We tried to warn you, but we couldn't connect. What's the plan now, V? I'll go after him. Stay with Mitch. I'll be fine. I'm going with you. I promised I would help. Besides, those bastards killed Scorpion. I won't let that go. Don't argue with her, V. No point. Go. I'll call my people. We'll take care of things here. We'll leave my ride here just in case. Just watch the gun. It likes to jam. We'll go by bike. Sounds solid. If they made it to the station, they're probably waiting on backup. Better hurry. But, Pan Am. What? You're coming back for her, right? I promise. Let's get going. Before they send a rescue party. Scorpion and the rest. Look. I know how you feel. I mean it. I'll help you settle your score with Kang Tao. No. I will destroy them, V. Every last one. We're in this together. To the bitter end. You know what, V? You're all right. You help me with Nash. You help me with Mitch. To my mind, I owe you a favor. You're Hellman. I will find him. Ah, so that's what this is? Just paying your debts? No. Nomads always help their own. Oh, so I'm one of yours now. Sounds good. Let's delta to that station. I hope you know a shortcut. Mhm. Einmal mehr geht der Achefeld so weiter. Steig auf das Motorrad. Welches? All right. Scorpion said I would hate Night City. You knew you that well? Shh. Probably better than I know myself. He said when I'd had enough at the city, we would get ourselves an RV. Then we'd stock up and hit the road. Crater Lake. That was his big dream. Heard it's beautiful there. And the Ryan Deemer's car is rusting at the bottom. Holy! What? Shit. That Corpo. Stole some sort of prototype. Think it was Militech. You don't remember? Anyway. Chase the guy through three states only to fish his body up out of the lake. Killed himself? Doubt it. Think they hit him with a virus. Anyway, he lost control. Probably suffocated before he could drown. That is fucked up. But you stopped thinking about all that sad shit for a moment, right? Ha! 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 I will just go through the rivers. In the luft. Ha! 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 I'm covering you! Drones, Patrulls, Definitely a setup shop here. Ha! I see. wir schaffen die zu den tankstelle machen wir das schleichen gehen wir einfach hinein mindestens zwei schausschützen auf den dähen geschütztürme noch mehr geschütztürme drohnen das ganze kommando also müssen den typen da oben erstmal ausschalten ist das schlau? okay komm, warum nicht? okay 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 stützungsmodus antworten ich brauche eine speicherlöschung sechs punkte sechs punkte drückverfolgung ein bisschen runter geht okay 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 dronimus wek okay dronimus unbirink weg okay dronimus Patreon bringt weg dronimus wek Und eine Speicherlösung wäre auch wieder gut. Aber das reicht wahrscheinlich nicht. Shit. Boa, Boa, Boa! Ja! Alright. Macht ganz gut aus. Scheiß Kamera. Wo ist denn die Waffe? Haben auch nix für uns. Keiner hilft uns da ziemlich gut. Geht Sound-Zerstörung geht nicht. Wir kommen wieder rein. Gibt es da oben was? Vielleicht. Wir haben Zeit. 200. Schaut mal alles aus. Einfach so sicherheitshalber. Da bin ich mir sicher, dass ihr mich findet. Besser ein Splitter. Nice. Läppchen hier drin noch jemand ist. Schaut mal alles aus. 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 Ich finde, ich gehe mit ihm heraus. und wieder zurück zurück. Explosion. Scheiße, das war so wie ich aus. Wo sind sie sie? Im alten Garage. Ein Platz am Stadion. Wahrscheinlich haben sie sie dort. Wenn ich dich war, dann würde ich ein paar Mal bleiben. Das war genau meine Intention. Ich weiß nicht, wo sie sich halten. Ich geh in! Okay, ich schaff dich! Dann steig das Zeig doch nochmal an. Noch ein Manuskript. Vielen Dank für Ihre Antwort auf meine eingereichte Sammlung von Automobil-Essays. Es tut mir sehr leid, dass sie Ihnen nicht gefallen hat. Aber diesmal habe ich etwas für Sie, was Ihnen sicherlich mehr zu sagen wird. Dabei schicke ich Ihnen einen Auszug aus meiner Autobiografie, wie Sie nächste Auswahl. Bitte geben Sie mir Bescheid, ob dieser Text sich für Ihren Belag eignet. Mit freundlichen Grüßen, Marty und Chang'Lov. Sehr geehrter Mr. Chang'Lov, vielen Dank für die Einsendung Ihres Manuskripts. Unsere Lektoren haben den Text begutachtet. Und obwohl, wie Sie nächste Auswahl, ein gewagter lebendiger Prosa-Text ist, haben wir uns leider dagegen entschieden, ihn zu diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und möchten Sie dazu ermutigen, um das Schreiben nicht aufzugeben. Sehr geehrter Mr. Kasper, wenn das so weitergeht, kann ich bald mein Büro mit all den Absagen kapettieren, die ich schon von Ihnen bekommen habe. Aber ich werde Ihren hoffentlich ernst gemeinten Rat befolgen und nicht aufgehen. Also wenn NVC, nächste Ausfahrt, Sie nicht interessiert, dann kommt mein anderes Mauskript. Oktanzahl. Vielleicht besser an. Oktanzahl ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über die Kunden einer alten, fast vergessen Tankstelle im Nirgendwo. Natürlich handelt es sich dabei um reine Fiktion und jegliche Ähnlichkeit mit realen existenten Orden und Personen ist rein zufällig. Wenn Sie Interesse haben, schicke ich Ihnen gerne ein Exemplar. Herzliche Grüße, Marty. Sehr geehrter Mr. Jackloff, vielen Dank für die Einsendung Ihres Manuskripts. Wow, das ist eine Cop-and-Paste-Antwort. Son. Sorry. Tust mir echt leid, alter Mann. Ich dachte, du wolltest zu sprechen. Ich dachte, du wolltest zu sprechen. Flotterhaus! Satisfie Ihren Erinnerungen! Danke für die Erinnerung, ich kann hier noch was abzwacken. ... ... ... ... ... ... Oh shit! Yes, all all pleasure from all foods! Das muss wohl hier sein. Kisten, die keine Kisten sind. Kisten, die keine Kisten sind. Gut, aber ich würde sagen, wir genießen in der nächsten Folge hier ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin hier. In 2077, sie haben meine Stadt, der schlimmste Ort in Amerika zu leben. Die Hauptprobleme sind die Höhe von der 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 Höhe. Hier bleibt der Höhe von dem Hammerzähler. Wie wird die Höhe von dem, slime. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Samurai We have a city to burn 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 We have a city to burn